Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 3. Liga 2018-2019, 12. Spieltag, Kaiserslautern gegen Urgion, Ergebnis 2-0, Start 11, Kaiserslautern, Hessel, Schatt, Kraus, Arnold, Sternberg, Löhmensruben, Werkenmann, Zug, Biada, Himmlein, Thiele, Start 11 von Urgion, Volar, Großkreuz, Marsch, Schorach, Doarada, Konacht, Östutik, Kampiki, Kakfikir, Chesa, Akinir. Das war's von Kaiserslautern gegen Urgion, Mitternacht, Uhrzeit.